ein item holen von Eisner so was denn habe ich jetzt gerade nicht gefunden ja ist ja egal müsste es nochmal ich glaube mir das gar nicht mal so lang zum Beispiel das da reinklopfen kommt Gold raus das packt aber nicht drüber weil warum hast du jetzt Osten drin was soll das wissen Westen nach Norden West soll jetzt haben wir das das haben wir automatisch Blätten und jetzt kann man natürlich ein theoretisch mit so einem wieder raus tun in der Kiste und von der Kiste in den Rhein zu retten aus der ersten linken Strom noch bringen kein Strom nur kein Sticks mehr also das ist natürlich ein anderes Ding jetzt mal einige Sticks gemacht ich habe noch viele im Inventar und das ist was genau und da kann man Hopper nehmen und raus kann man auch mit so einem ESD arbeiten und dann wir produzieren so wenig Strom ja das kann ja so vor sich hin düdeltuckern Hauptsache er macht was von was hast du gesagt von East Westen Westen immer noch Westen 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 nach Osten Westen nach East genau passt perfekt dann kannst du noch einstellen welche Slots er genau rausholt genau kannst du auch noch von 0 bis 4 oder wie tut er jetzt alles mal finde ich cool oder? okay läuft finde ich cool finde ich cool finde ich cool also bei namens ist es nicht das ist nur da wo es keine Kohle ist gut das ist die Frage kann der Crusher alles machen oder nur? na doch der Korre wenn wir sehen alter wenn du mal guckst wenn da eine Pflanze rein du kriegst 4 raus standardmäßig kriegst nur 2 raus 256 Seiten ja Kohle kann man auch mal reintun ist ja hier unsere Kiste wir brauchen eine neue Kiste und brauchen Hopper Hopper ist da drüben ist da Rohstoffe sind da ein Hopper drauf und eine Kiste und fertig schon aber was eigentlich unser erste Erdschmelze und das ging leichter so wir die Kasskonstruktion warum weil lass dann oben sonst die Kiste zusammenschmeißen ah ja ok stimmt das 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 mal schauen wir mal der hat ja mal 5 items zur Auswahl und er nimmt sich irgendwas rotilo was macht denn das hab mich was besseres titanium das titanium titanium für titanium drill super drauf aber einfach zu viele maz passt ja wohl der ist mittlerweile auf 220 war einfach unser ganzer stick verbraucht das kann man nicht das sind jetzt 180 Holzblogger glaub er ist ja auch noch vor kann man sich nur irgendwie aufwerten ne stick kann man nicht weiter kraften wir könnten so lange versuchen zu kraften ach Gott ich krieg die Krise wenn das nicht da unten funktioniert dann bräuchten halt einen Stromspeicher ne gut wir könnten den hier auf dem Ofen drauf tun ja komm doch an welcher Solar du willst kraften na den von Actually Additions ja da bauen wir einen Diamanten ein bisschen Gold was liefert die Solarzelle ja das weiß keiner ähm 8 rf pro tech ist damit auch wenig gell weißt du schon 8 rf kostet uns Eisen und jede Menge und ja was haben wir als Alternative Achso man kann einfach oben auf das Manual klicken und dann kann man auf die Seite gehen genau ja geil äh power doing daylight must be clear line to the sky power give 1 gb weiß keiner was das ist ähm mechanism ist halt so ne sache gell ne das lassen wir mal weg Solarflux was den Mord haben wir auch drin geil wahrscheinlich wenn du hörst du sagst generiert 8 aufwendig La Flux Tesla steht halt nicht was das generiert gell also La Flux ist eigentlich ja das Beste na halt wie bist du aufwendig bis zuerst zumal ja aber sind 8 8 dinger wäre halt ja viel glas brauchen ja wo man vielleicht mal dafür sorgen dass er weiter schmerzt so Solarbettel irgendwas was ist jetzt los dieses Heulen aus der unteren Welt äh ich könnte mal Advanced Inventory angehen du kümmerst dich ums um die Solar oder wie achso gut gut dann baue ich aber trotzdem die Solarzelle von Acturi Additions weil es einfach zusammen passt und dazu gehört dann einfach mal so auch wenns teurer ist auch wenns teurer ist du schüft so mir fehlt alles er braucht es zu jetzt wenigstens drüben also und erstens empört das wieder ganz was anderes okay dann gehen mal ja du musst den bauen ich brauche Schneeball ich brauche das ich brauche das ich brauche das nee ne jetzt nicht ich brauche noch mal das hat gesagt von denk so doch du kannst ich habe er 16 ergibt 8 nee keine Ahnung nach welchen das und ich brauche Holz und Retzt und Retzt Trot Retzt ich hab mein Holz noch hört's mit dem aus Kaisers kommen wir da eigentlich raus okay Titanium in Gotts es wird b da haben wir noch was das kann jetzt braun hier Ruhestein so sind sie 8 7 8 stecken und die können wir eigentlich essen was von wo oder wie oder was ja von wo und wie ähm gar nicht ja das ist mir schon klar was erwartest du alter alter weil da fiel grad so ein Slime von der Insel runter okay aber das schätzen bisschen tot vor allem mit neuen mob aber ist erst recht nicht diese mal eingeführt haben und mobs alles mögliche oben drauf zu gehen und legend intelligent intelligent ähm gott verschwinde der hat ja eigentlich der hat eigentlich zu wenig aber können wir das einfach so irgendwie handhaben wenn du schon sowieso kein leben hast ist es halt echt du hast sowieso kein leben egal wie du siehst hallo generiert acht gut aber ist angegriffen tot 7 mittlerweile wenn ich mal einen scoreboard erstellt wir haben es halt nur im chat integriert was gott rank it one on the server siebenmal gestern als ob das Insekt da oben noch ist halten sich gegenseitig an sehr gut schnell weg dann war auf der Tuch von sieben ich vier Euro das ist wenn man es hat ja eh ne verstehe vollkommen geht rauf zu ich brauche dich 2 4 6 8 gut es fehlt holz und rötz donah 7 8 vielleicht hat er so rausgenommen dass seine mod items rauskommen beim essen weil ich hab jetzt ganz normales fleisch kann ich sagen ich weiß auch nicht deshalb ist es vielleicht verschwunden bald haben sich zu viele leute drüber aufgeteilt kann sein weißt ja nie ich bin jetzt verstehe ich unter kritik weil du was machst das ist auch 8 das ist ein stein am kopf der arbeitet hier ist jetzt hingeklischt effizienz 0 so sehr von schluss effizienz 0 obendrin im ding steht 100 hat weiter wollte die anderen wohl doch nicht machen ja jetzt geht es mit meinem stein aus noch ein bisschen holz klauen kann man jetzt eigentlich auch direkt mit den wird längst ist machen ja kannst auch direkt aus rohholz kürz 4 ist auch eine gute sache wo es seit immer rückkraften vor allem jetzt bei dem jan ist denn ich kraft das fehlen noch drei steine gott also rohstoff immer noch jede menge gebrochen sagt ja das eigentlich für geräusche von irgendwelchen mobs niemanden umgebracht du also ich habe tiere draußen angebracht aber das zählt jetzt nicht wahrscheinlich so wasserfieger sein dass wir uns doch nehmen da ist die in vitro ist im ita und der fange ist gültig also eisen wird dann zu teuer immer mehr braun 32 eisen und erst mal reicht es ja ja auf alle Fälle illuminaten so das hammer wir haben eine erdschmitte und ein haus und zertreiche so drüben hast du unsere lapel aber wir müssen dazu sagen die linze ist voll du hast den knopf abgebaut ja sonst kann ich das nicht dran dann platzieren knopf oben drauf das ist egal du es einfach mach selbst mach es dir selbst ach du gar blöd wirklich komisch die komisch aber was wir machen titanium ohr von tesla modular solar panel ein caps lock titanium dass im endeffekt kommt genauso titan aus internes ordentlich wir haben halt hier einiges an rohstoffen jetzt haben wir das was wir durch haben das ist okay